Heute geht es wieder um gofugiacraft.de. Dies ist ein wunderschöner Server, an dem jeder, der das Spiel Minecraft auf der Java Edition besitzt, auch mitspielen kann. Demnach empfehle ich Ihnen diesen Server. Dies ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur eine persönliche Empfehlung meinerseits. Und dementsprechend möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, diesen Server zu besuchen, sofern Sie denn mit dem Programm Minecraft vertraut sind. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dieser Ausgabe von... Ich hab keine Ahnung, was für einen Scheiß du eigentlich machst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Refugiacraft. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, habe ich vor ein paar Wochen ein Video gemacht, wo ich meine Basis gezeigt habe. Und das Ganze machen wir heute wieder, und zwar auf der Basis von DarthPagel. Der nette Mann hat mich schon gestern eingeladen, allerdings hatte ich weder Lust noch Laune irgendwas zu tun. Deswegen machen wir das jetzt erst. Und anzumerken ist eventuell auch noch, dass der Wertherherr erst seit ungefähr eineinhalb Wochen auf diesem Server spielt. Oder seit einer Woche ungefähr. Ich weiß es nicht mehr so genau. Vielleicht können wir dann deswegen nicht so viel zeigen, aber das werden wir doch alles herausfinden. Wie ihr hier schon unscheinbar seht, da hinten in der Ecke, hinter mir. Egal, gucken wir uns das Ganze doch einmal an. Und dann? Das war's für heute. Ja, seine Lagerhütte sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, ist auch recht hübsch geworden. Ich mag die Dekoration generell auch, dass die Wege so mit blauem Holz ausgekleidet sind oder was auch immer das für ein Holz ist, keine Ahnung. Das gefällt mir wirklich sehr. Das war's für heute. Kleine Base. Ich bin mal gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Er meinte nämlich zu mir, dass da noch ganz schön viel fehlt. Klein ist jetzt aber auch der falsche Ausdruck, wenn ich mir so die ganze Basis angucke. Ist von daher also noch sehr, sehr mystisch. Ah, da hat er mich gerade angeguckt. Ja, guck nochmal hin. Ja, komm, komm. Ich warte auf dich. Nee, gefällt mir sehr die Basis. Der Stil ist ziemlich cool. Ähm, wenn ihr wollt, dass ich eure Basis auch mal zeige oder sonstiges, schreibt mir gerne in die Kommentare. An sich möchte ich damit halt auch ein bisschen so zeigen, was die Leute so bauen, weil es gibt ja auch ultra krasse Projekte, die es auf diesem Server gibt. Das werdet ihr in Zukunft sehen. Das sind jetzt natürlich noch ein paar anfängliche Basen. Aber vertraut mir, da kommen noch krasse Sachen. Ich hab schon riesige Statuen gesehen und richtig krasse Scheiße. Das soll aber auch Thema für ein anderes Refugia Craft Video sein. Grüße geht raus an Ikuria, die das ganze Projekt hier auch sehr unterstützt und die ich auch für ein sehr, sehr cooles Projekt auch nochmal angehauen hab. Ähm, das werdet ihr aber auch in Zukunft sehen. Es ist viel geplant. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.